Vielen herzlichen Dank, Dankeschön! Wie wir alle wissen, hat das Wacken im nächsten Jahr 20-jähriges. Und wir alle rechnen damit, dass die Veranstalter einen echten Top-Act holen. Es sind ja ACDC, ganze Roses und Metallica im Gespräch. Wie wir alle wissen, kursiert ja im Internet und so. Vielleicht wird es aber auch diese nächste Band. Sie sind mindestens so groß wie die drei gerade genannten. Es ist ein perfektes Stück, um ein bisschen mitzusingen oder alternativ das Tanzbein zu schwingen. Denn nichts geht so ins Blut wie ein Mambo mit 124 Beats in der Minute. Gitarren Intro! Gitarren Intro! Musik Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020